Leopark präsentiert den Wettertalk-MV Frau Winkler, hallo Frau Winkler. Zeit für Wettertalk. Ja, Wettertalk ist so wie jeden Donnerstag. Ja, deswegen bin ich hier. Herr Dr. Eichsmann, gut, dass Sie mich geweckt haben. Bei den warmen Temperaturen hier im Park, bei den Vogelgeräuschen bin ich eingeschlafen. Es ist wieder warm, Herr Dr. Eichsmann. Bleibt es jetzt erst mal so oder nicht? Die Frage ist, was heißt wie lange? Also ich würde mal sagen, ja, heute noch ja, morgen auch. Aber zum Wochenende werden wir diese schönen, hervorragenden Temperaturen nicht halten können. Nicht halten können? Nein. Das heißt im Klartext? Das heißt im Klartext, das Gute daran ist, wir bleiben zweistellig. Jetzt reden wir irgendwie von 16, 17, 18 Grad. Die werden wir nicht mehr halten. Wir reden dann konkret, also ich will das ja nicht schlecht reden, aber wir reden von entspannten 10 bis 12 Grad. Vielleicht an der Küste ein bisschen darunter, weil im Endeffekt sozusagen die kühle See da eine Rolle spielt. Aber diese Temperaturen, die wir jetzt haben, wirklich dieses sehr, sehr Frühlingshafte, das werden wir nicht ganz erreichen. Aber trotzdem können wir ja jetzt vielleicht auch die nächsten Tage im Park herumwandeln und nochmal die schönen Bäume und irgendwie angucken und die Blumen? Ja, also natürlich. Also für den Frühlingsspaziergang, für den Osterspaziergang sind das hervorragende sozusagen Bedingungen. Also manch einer mag das ja gar nicht mit 18 Grad. Der ist ja schon komplett außer Puste. Also weil es schon ansatzweise warm ist. Reden Sie da von sich selbst. Möchte ich jetzt nicht darauf antworten im Sinne von, aber diese Temperaturen so um die 10 Grad plus minus, das ist aus meiner Sicht sehr angenehm, sehr schön. Und wichtig ist, dass es trocken ist. Also dass wir nicht alle zwei Minuten wieder in Regenschauer haben und dass es gewährleistet. Ja, liebe Zuschauer. Und bevor Herr Dr. Eichsmer und ich uns dem Osterwetter widmen, zeigen wir Ihnen nochmal schöne Impressionen von den grünen Bäumen und den bunten Blumen. Herr Dr. Eichsmer, Sie sind vielleicht auch schon durch den schönen Park gewandelt. Wir haben ihn ja eben gesehen. Es blüht wieder auf. Wie wird es denn das Wetter an Ostern? Das interessiert uns ja alle. Also ich würde das mal so zusammenfassen. Also es ist ein wunderschönes Osterwochenende. Also genau das, was man sich vorstellt, dass man rausgehen kann, dass man nicht gleich nass wird, dass man nicht wegweht, dass irgendwelche fiesen Haare, Graubelschauer von der Seite kommen. All das ist an diesem Wochenende nicht vorhanden. Also es ist so gediegen ruhig. Also aus meiner Sicht genau diese Aufbruchstimmung, die wir uns immer so in den Visionen, in den Gedanken wünschen zu Ostern. Also ich finde, Petrus macht da komplett gute Rechnung mit uns und ich freue mich eigentlich auf das kommende Wochenende. Meine Frage, die mich interessiert, kann denn der Osterhase diesmal die Eier draußen verstecken oder muss er das in den Häusern tun? Also der Osterhase, ich glaube, der Osterhase, den geht es wie den Menschen. Also manch einer möchte das so oder andere so. Also ich glaube aber sozusagen von den meteorologischen Bedingungen her, also wirklich, dass man sagt, okay, wir haben eben diese entspannten 10, 12 Grad. Wir haben trockenes Wetter, wir haben auch Sonne dabei. Gut, wir haben auch Wolkenfelder. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, Sonne, Wolken, also wirklich freundlichen Wettercharakter, heißt für mich, für die Empfehlung zum Osterhasen, definitiv nach draußen gehen, Eier verstecken und nicht nach drinnen. Diese Jahre werden bestimmt wieder kommen, aber das soll nicht dieses Jahr 2022 sein. Ist der Wind denn diesmal in Mecklenburg-Vorpommern wieder so stark, dass vielleicht die kleinen Schokoeier weggeweht werden? Kann immer durchaus sein. Ich gehe davon aus, dass an diesem Wochenende wirklich selbst der Wind hier bei uns im Norden, also wirklich egal, wo ich mich dann befinde, ob ich jetzt in Wismar bin, in Stralsund oder wirklich am Kap Akona, der Wind wird sich an diesem Wochenende zu Ostern in Grenzen halten, also wirklich nur schwachwindig umlaufen. Also Wind spielt, man höre und staune, an diesem Wochenende wirklich keine Rolle. Herr Dr. Eichsmann, ich habe jetzt mal eine private Frage an Sie. Ja, fragen Sie. Mögen Sie Schokolade? Natürlich, ich meine, Schokolade gibt es auch ganz viele, wie es verschiedene Osterhasen und Ostereier gibt. Aber grundsätzlich Schokolade ist irgendwas Süßes, also definitiv die kurze Antwort ist, ja, mag ich sehr gerne. Ich auch. Und deswegen habe ich mir jetzt nämlich was ausgedacht, wir beide werden jetzt mal zusammen Ostereier suchen. Was halten Sie davon? Ja, da freue ich mich. Auf die Plätze, fertig, los. Auf die Plätze, fertig, los. Herr Dr. Eichsmann, wie viele Eier haben Sie gefunden? Also wenn ich alle zusammen zähle, fünf. Nein. Ich habe Ihre gleich mitgezählt. Die können Sie dann auch auf jeden Fall vernaschen, wenn Sie das wollen. Herr Dr. Eichsmann, an dieser Stelle vielen Dank für das gemeinsame Suchen, für Ihre Prognose. Ich wünsche Ihnen natürlich ein frohes Osterfest. Was haben Sie vor? Wollen Sie es verraten? Ja, kann ich gerne machen. Ich werde dem Osterhasen beim Eierverstecken helfen. Nein. Doch. Aber nur bei gutem Wetter. Ja, haben wir gerade festgelegt. Also ich bin da guter Dinge, dass ich nicht nass werde. Also den Regenschirm werde ich beim Verstecken der Ostereier nicht mitnehmen. Okay, gut. Den brauchen wir also nicht? Nein, den brauchen wir nicht. Und wenn ich dann platschnass werden sollte, dann ist das im Endeffekt die eigene Konsequenz der schlechten Vorhersage. Ja, gut. Alles klar. Herr Dr. Eichsmann, vielen lieben Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, wir beide wünschen Ihnen natürlich ein entspanntes und frohes Osterfest. Wie Sie gehört haben, das Wetter wird okay. Kann man ja sozusagen... Nein, aus meiner Sicht wird das nicht okay. Das wird also osterlich super. Ganz klar. Alles klar. Gut. Liebe Zuschauer, wir sehen uns dann nach Ostern mit einem neuen Wettertalk Mecklenburg-Vorpommern wieder. Auf Wiedersehen. Biopark präsentierte den Wettertalk MV.